Hallo mein Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zur freitags kleinen G-Play-Folge Anno1800. Mein Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr reinschaut. Ihr seht schon, in Crown Falls, ich weiß, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist eher so ein bisschen so eine Supportinsel zur Zeit, das ist eher so ein bisschen strukturell aufgebaut, einfach ein bisschen Einwohner zu kreieren, ein bisschen Bilanz zu kreieren und so weiter und so fort und vor allen Dingen ganz wichtig, bei den Investoren einfach mehr Einflusspunkte zu kreieren. Deshalb habe ich hier mal genau damit angefangen, noch mehr Ingenieure rauszubauen. Mittlerweile, ihr seht, mittlerweile haben wir wieder insgesamt knapp 4.500 Ingenieure, die hier ihren Dienst tun. Das Schöne ist, mittlerweile kann ich auch auf die Advanced Shipyard zurückgreifen in der World Warmart mit Hilfe unserer Community. Lieber Stefan, herzliche Grüße an dich, Grüße gehen raus. Haben wir es geschafft, den Hafenbereich so zu vergrößern, dass wir nicht nur im großen Hafenbereich ähnlich das Beiset-Up haben, nein, wir haben jetzt sogar einen etwas noch vergrößerten Hafenbereich. Man darf das aber nicht übertreiben, bitte seid so gut. Wenn man da diese Hafenbereiche so immens vergrößert, dass man zum Beispiel fast an die andere Insel rakt, kann das sein, dass Schiffe auf der eigenen Insel nicht mehr anlegen. Ihr dürft das nicht vergessen. Denkt daran, nicht nur euer Hafenbereich wird größer, auch die eurer Gegner. Und das ist ganz, ganz gefährlich, wenn ihr zum Beispiel ganz nah an einer anderen gegnerischen Insel seid, dann müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie kollidiert, weil die Schiffe laufen dann einfach nicht mehr an. Die läschen ihre Waren nicht mehr, die laden keine neuen Waren mehr auf und so weiter und so fort. Und irgendwann kollabiert das Spiel. Das muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Deshalb passt bitte auf. Mein Harbor-Area ist zurzeit eingestellt bei 140. Andere aus der Community haben das mit 180 gemacht. Andere aus der Community, denen reicht 120. Ich versuche ein gesundes Mittelmaß zu finden. Die Spiced-Up hat, glaube ich, auch 120 oder so. Also, entschuldigt bitte, das ist schon ein ziemlich, ziemlich großer Bereich. Was machen wir heute, mein Lieben? Also, ich habe ja in der Zwischenzeit beim Genre von Thun, also, da geht mir ja so ein ganz kleines bisschen auf die Nerven. Hier ist noch ein Schiff, was hier übrig ist von ihm. Alles andere haben wir hier so weit versenkt, so weit es ging. Und mittlerweile, das ist hier meine große Flotte. Ihr seht schon, auch hier am Start die SMS Schleswig-Holstein. Ein sehr, sehr großes, ja, ein wirklich, wirklich pompös großes Schiff. Da haben wir noch ein, zwei Items mit reingepackt. Die packen wir dann hier so ein bisschen um auf die anderen Schiffe. Sehr viele Items sind leider, sehr viele Items sind leider, leider dem letzten Seegefecht zum Opfer gefallen. Deshalb habe ich es ja mal so gemacht. Ich habe ja auch noch, ich habe ja auch noch ein paar, wie soll ich das sagen, ich habe ja auch noch ein paar Mantikor stehen. Ganz einfach deshalb als Präventivmaßnahme, sobald die hier wieder auftauchen, die bösen Piratenschiffe, dann können wir hier mit den Luftschiffen erstmal entgegensteuern und können wenigstens ein paar Seeminen platzieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde es ja am besten so machen, im Laufe des Spieles würde ich ja immer, immer weiter diese Seeminen komplett um diese Insel hier rum machen. Also beim Lafontaine komplett, die mit Seeminen komplett verminen, so damit die, wenn die es geschafft haben, zum Lafontaine zu fahren, dass sie halt einfach vor seinem Hafen explodieren. Bis halt so. Moment. Entschuldigung. So, und wir machen heute, wir kümmern uns heute um unsere Investoren. Wir kümmern uns heute ganz klar um Einflusspunkte. Habe ich schon zwei kleine Punkte auserkoren und ich möchte dann vielleicht zum Schluss, wenn ihr Lust habt, möchte ich noch ein ganz kleines bisschen Schönbau betreiben. Als erstes kümmern wir uns um die wichtigen Dinge und zwar Einflusspunkte. Wir brauchen ganz, ganz wichtig Einflusspunkte für unsere Handelskammern hier. Dann brauchen wir zum Beispiel Einflusspunkte, um noch mehr Kriegsschiffe zu bauen. Es ist leider nun mal so, dass der Lafontaine, der gibt leider nicht auf mit N-Halo. Haben wir ja einen Friesen-Vortrag geschlossen. Und dann gucken wir doch mal, hier gibt es auch noch ein paar Luftschiffe, die habe ich extra mal rüber nach Eisenschmiede geflogen. Sicher, sicher. Und dann gucken wir mal nach Groundforts. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch für die Ingenieure? Was brauchen die denn noch zum Aufsteigen? Und ihr seht hier, die brauchen teilweise Brillen. Auf jeden Fall. Und dann Sandwiches und Räucherfisch. Räucherfisch kriegen wir hier. Sandwiches kriegen wir hier auch. Das, was ganz, ganz wichtig ist, wären die Brillen vis-a-vis auch der Kaffee. Also alle beide sind jetzt hier wirklich essentiell. Das heißt, wir sollten hier schon schauen, dass wir vielleicht eine eigene kleine, wie soll ich das sagen, schon eine eigene kleine Produktionsstrecke noch irgendwo aufbauen, sodass wir die hier komplett mit Brillen versorgen können. Ich habe ja dann, ihr seht ja, ich habe ja schon angefangen hier mit Glühbirnen und so weiter. Das funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Und das würde ich vielleicht mal entweder hier, ja, ich überlege gerade, entweder machen wir es hier oder wir machen es in der alten Welt. Wir brauchen irgendwo auf jeden Fall noch einen Standort, wo wir sehr viele Brillen herstellen. Ihr wisst ja, die Brillen, ja, über Handwerker, gehen wir nochmal rein, über die Handwerker lassen sich dann die Brillen herstellen. Ne, entschuldigt bitte, über die Ingenieure. Ja, genau, das dauert alles ein bisschen zum Laden, weil mittlerweile habe ich sehr viele, habe ich sehr viele Mots installiert und bin auch wieder am testen. Und mittlerweile fängt halt das Spiel manchmal an zu ruckeln. Es läuft aber stabil, da gibt es gar nichts, es dauert halt nur manchmal. Die Brillen lassen sich herstellen mit Messing und mit Glas. Also das ist alles kein Problem. Wir könnten jetzt folgendes machen. Also wir haben ja, wir haben hier auf Eisenschmiede so eine richtig geile, komplette Eisenproduktion mit allem. Wir haben hier unten noch Kabel am Start, wir haben hier unten dementsprechend noch Messing am Start und so weiter und so fort. Also es wird nach wie vor super produziert. Was wir jetzt machen könnten, hier gibt es zum Beispiel auch Hochräder, also das ist alles gut. Wir könnten jetzt zum Beispiel eine Messingproduktion ausweiten, das wäre kein Problem. Hier gibt es noch ein sehr, oh ja, Brandwahrscheinlichkeit sehr hoch, mäßig, Explosion, keine Aufstandswahrscheinlichkeit, das ist gut, aber Brandwahrscheinlichkeit. Wenn die Dinger in der Luft fliegen, fliegt ja mal alles in die Luft. Wir könnten es ja so machen, mein Lieben. Also die Hochradwerkhalle fliegt hier raus. So, dann werde ich schon mal hier, ist alles gut. Und das hier könnten wir jetzt weiter betreiben, wenn wir Bock haben, könnten wir jetzt weiter betreiben. Und zwar könnten wir jetzt noch zwei Messinghütten an den Rand stellen. Also das Windradblau brauchen wir hier glaube ich nicht mehr, weil die Insel wird sowieso mit Strom versorgt. Dann machen wir das mal weg. Hier haben wir ja über das Kraftwerk einfach angeschlossen. Hier kleiner Ölhafen, angeschlossen, Kraftwerk, alles gut. Und das verbraucht jetzt schön unsere Ölvorräte. Ist halt so. Und dann bauen wir einfach mal die Messingproduktion etwas weiter aus. Das ist auch ganz, ganz einfach. Wenn wir mal reingehen in die Statistiken, gucken wir mal. Messingproduktion, Nachfrage 18, Versorgung 11. Und das ist der springende Punkt hier. Was wir herstellen, ist Kupfer und Zink in absoluten rauen Mengen. Weil da haben wir noch einen Spezialisten hier mit drin. Nicht den Stakanov Alexei und der haut hier zusätzlich Zink und Kupfer mit raus. Bei jeder Mine, die wir angeschlossen haben. Und ihr seht, Kohlevorkommen ist voll. Hier unten haben wir noch eine Eisenmine dran. Hier haben wir auch noch eine Eisenmine dran. Also es ist schon, es wird hier schon rausgehauen. Unglaublich. Es gibt auch noch, es gibt auch noch, hier drüben gibt es noch Rohstoffvorkommen. Was ist denn das hier? Barrel. Ich wollte gerade sagen, Barrel, mach mich hier nicht wahnsinnig. Und hier gibt es auch noch einen. Also wenn wir Bock haben, könnten wir sogar noch zwei Minen anschließen und könnten die Produktion noch vervielfachen. Es wäre kein Problem. Okay? Jetzt gucken wir mal, was die hier, in welcher Zeit die hier raushauen. Ja, es ist schon die niedrigste Zeit, was geht. Eine Sekunde. Von der Kohle ist zumindest eine Sekunde. Gucken wir mal rein in Eisen. Eine Sekunde. Also, ihr seht, die Produktionszeit ist hier immens. Es geht vom Eisen, vom Eisen geht es schon gar nicht schneller. Gucken wir mal, 180 Tonnen Eisen werden hier hergestellt. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Wenn wir noch mehr wollen, müssen wir halt mehr Minen anschließen. Oder über die Speicherstadt. Oder, oder, oder. Also, es gibt da noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Für die Messingproduktion, halt für die Brill, brauchen wir halt hier noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel neue Ware. Wir könnten es auch so machen, dass wir die Messingproduktion hier komplett auslagern und könnten die zum Beispiel hier mal anfangen. Hier oben gibt es die großen Hochöfen. Hier gibt es die, hier gibt es die Motorenfabriken. Also, das ist alles gut. Ich würde jetzt sogar vorschlagen, wisst ihr, was wir machen? Wir werden hier, hier wird Stahl hergestellt, in großem Stil. Hier haben wir die großen Stahlwerke. Was halten wir davon, wenn wir die Produktionen auslagern und wenn wir die halt einfach komplett woanders hinsetzen? Zum Beispiel hier, ja. Da könnten wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir hier unten zum Beispiel gleich noch mal welche hin basteln. Vier Messingproduktionen werden wahrscheinlich jetzt nicht ausreichen, gerade für die Brillenproduktion. Also, bauen wir mal, bauen wir mal noch welche. Jetzt gibt es halt hier, jetzt gibt es halt hier jede Menge Smog. Ihr seht, Attraktivität, 65 Punkte. Die Zufriedenheit wird somit auch sinken. Das heißt, wieder erhöhte Aufstandsgefahr und so weiter, so fort. Ja, das ist halt alles nicht so einfach hier auf Eisenschmiede. Aber ich habe schon, ich habe schon vielleicht eine Idee, wie man hier die Attraktivität wieder erhöhen kann, wenn man hier hinten ein kleines bisschen mehr Platz hätte und wir die Köhlereien wegpacken. Hier, schaut mal. Die Köhlereien einfach hier wegnehmen. Dann würde ich hier tatsächlich ein kleines Museum stellen. Ich würde ein kleines Museum stellen und würde so gut es geht hier mit ein paar richtig geilen Attraktivitäts-Items wenigstens die Stufe 2 wieder erreichen wollen oder die Stufe 3. Das ist ja nur eine gewöhnliche Hafenstadt. Also hier möchten sie nicht so gern wohnen. So, dann machen wir es mal hier raus. So, jetzt beginnen die schon mit der Produktion. 20 Sekunden etwa Produktionszeit. Das ist im Prinzip noch gar nichts für die Messinghütte. Also wir haben garantiert irgendwo Items, wir haben garantiert irgendwo Items, wo wir die Messinghütte boosten können. Messinghütte, man müsste auch richtig schreiben, dann wäre das alles schön. Unbekannt ausgerüstet nur auf Eisenschmiede. Gucken wir mal, Kornkammer nix da, nix da, Santos World, hätten wir zum Beispiel die Angela MacGyver, die könnten noch Elektrizität haben wir. Beeinflusst alle Produktionsgebäude brauchen wir erstmal nicht. Hier hätten wir zum Beispiel den Flammenofen, alle Eisenhütten und Schmieden würden hier damit um 50% Produktivität steigern, aber Achtung, fängt noch schneller an zu brennen. Weniger Arbeitskräfte erforderlich, alle Eisenhütten und Schmieden, ja, ist alles gut. Also das sind ja hier die Messinghütten. Ich weiß nicht, ob die mit allen Eisenhütten, das Hütten so gemeint ist, dass da die Messinghütte mitgestaltet wird. Ich glaube es zwar nicht, aber warten wir mal ab. Hier gibt es noch die Schreibmaschine. Hier gibt es noch den Feras. Gucken wir mal, bei allen Inseln vorbei. Vielleicht haben wir Glück. Alle Eisenhütten und Schmieden. Hier gibt es gigantische Schlote-Verordnung. Das ist auch nichts. Und so weiter, so fort. Also direkt für Messinghütten haben wir leider nichts da. Jetzt gucken wir mal rein ins Unbekannte. Steuindustrie und Messinghütte. Schaut mal, das ist der Kolonel Joseph Potts, Experte der Schmelzen. Der könnte zum Beispiel unsere Stahl- und Messinghüttenindustrie auf jeden Fall steigern. 100% Brandgefahr, 100% Erb-Explosionswahrscheinlichkeit weniger. Es gibt mehr Attraktivität und es gibt jede fünfte Tonne noch ein bisschen Stahlträger dazu. Einziger Nachteil an dieser ganzen einziger Wermutstropfen, 25% Wartungskosten erhöht. Jetzt überlegt mal, wenn der inselweit zum Einsatz kommt, dann haben das alle Gebäude mehr Wartungskosten. Das ist ein ganzes Viertel. Das ist schon echt viel. Eisenhütten und Schmieden ist leider nichts. Alle Produktionsgebäude, das könnten wir noch mal vorstellen. Könnten wir uns noch mal vorstellen. Hier gibt es noch ein Buch, noch mal alle Produktionsgebäude. Erwartungskosten, weniger Brandgefahr. Was ist hier? Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Okay, der Papst Lucius IV. Der Visionär. Ist ja geil. Okay, danke von Groundfalls. Wie gesagt, wenn wir den hier hätten, den Kolonel, schauen wir mal, Itemherkunft, Forschungsinstitut. Gibt es ein Forschungsinstitut oder vielleicht beim Händler, beim Eli. Klicken wir uns mal ein bisschen runter. Vielleicht haben wir Glück und wir finden irgendwo den Kolonel. Könnten wir uns vielleicht mal ganz kurz die Arbeit machen, wenn ihr Bock habt. Gehen wir rein zum Eli. Steht da irgendein Schiff davor? Nein. Okay, dann nehmen wir uns mal ein Luftschiff. Parken wir das gerade mal hier. Und ihr wisst ja, mit diesen schönen Modifications haben wir jetzt deutlich, deutlich größeres Portfolio. Hier an Spezialisten können wir dann einfach mal runterscrollen und vielleicht haben wir Glück und wir finden den Typ. Ich glaube zwar nicht, bei meinem Glück ist das immer. Bei meinem Glück ist das tatsächlich immer. Den kannst du vergessen, den findest du eh nicht. Aber egal, wie gesagt, die Brillenproduktion, die werden wir jetzt auf jeden Fall steigern. Beziehungsweise werden wir die jetzt richtig ins Leben rufen. Hier gibt es nochmal den Ferras ist noch drin und so weiter und so fort. Hier gibt es viele, viele für die Luftschiffe gibt es hier viel drin. Hier Rathaus, Gelehrtenhaus und Gelehrtenhaus, Zusatzforschungspunkte, richtig geil. Weniger Hibiskustee, Wahnsinn. Hier gibt es nochmal die Angela McIver und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist ein Spezialist, den wir so noch nicht haben. Hier gibt es wieder den Matakaime, einer meiner Lieblingsspezialisten. Hier, den Stakanov und so weiter und so fort. Also mittlerweile gibt es hier ganz, ganz viele, die wir uns hier aussuchen können. Alle Wohngebäude der alten Welt, Einwohner, Sorgen für Zusatzeinnahmen und so weiter und so fort. Also den könnte man zum Beispiel in Crown Forks könnte man den stationieren. Das wäre der absolute Brecher. Gucken wir mal noch rein. Vielleicht finden wir ihn doch irgendwo. Hier unten kommen dann teilweise nur noch teilweise nur noch diese Legendären hier unten noch zum Einsatz. Wartet mal ab. Ja, die haben wir, die kennen wir alle schon. Elgar Hogan, Waffenmeisterin der Luftschiffplattform. Beeinflusst alle Ankerplätze, weniger Wartungskosten, 200% erhöhte Wow. Okay. So, dann gucken wir mal. Also, der ist leider immer noch nicht dabei. Nein. Der sieht doch ganz komisch aus. Der hat ja so eine Art Bügelfalte gehabt. Der sah, ne, vielleicht nicht so aus, aber ja, ungefähr so. Aber ihr seht es, das sind alles nur noch legendäre Spezialisten und wenn wir da viel, viel Glück haben, sehen wir eine vielleicht. Übrigens, wenn ihr bis hierher geschaut habt und ihr wisst, wo es diesen Vogel gibt, in welcher Mod dieser Vogel auftaucht, würdet ihr mir vielleicht Bescheid sagen oder würdet ihr bitte in die Kommentare schreiben, wo es diesen Vogel in welcher Mod gibt. Ich habe den Vogel letztens gesucht, den hat jemand bei uns aus der Community gesucht zum Assets anschauen. Ich habe den nicht gefunden. Birdy Bird, meine Lieben, wenn ihr den Vogel kennt aus welcher Mod-Sammlung der ist, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Vielen, vielen Dank. So. Cornelius Commodore Vanderbilt. Ja, alle Stahlberg, alle Hochöfen, Wahnsinn, was die hier alles boosten können. Aber so wie es aussieht, ist er leider nicht dabei. Sehr, sehr schade. Sehr schade. Das ist jetzt echt gefeiert. Vielleicht finden wir das demnächst mal noch. Hier, schaut mal. James Carson Hickhock, Chief Marshal Commissioner of the Ground Bay Company. Mit mehr Experten, da ist er. Mein Lieben, da ist er. Der Colonel Joseph Potts. Da ist er. Ich hoffe mal, Befehle. Ich hoffe mal, dass wir hier unten muss er dann irgendwo kommen, ne? Hier. Ne, das ist der Strindberg gewesen. Rolf van der Maik, hier ist er. Hier ist der Hickhock. Hier ist der Burgman. Und hier war er doch irgendwo. Nein, hat sich das, hat sich das schon wieder umgestellt, das Bild? Ach, ich glaube es nicht. Ja, mittlerweile, mittlerweile ist es so. Wir hatten den noch, wir hatten den noch gerade eben. Nein. Das war der mit der Bügelfalte. Hier. Potts. Oh, okay. Okay, mein Lieben. Stahlindustrie und Messinghütte komplett. Das heißt, wir werden hier mit unserem Luftschiff wieder nach Eisenschmiede zurückfliegen. Dann werden wir den hier schon mal ausrüsten. Dann packen wir den hier rein. Ich überlege mir gerade mal. Alle, alle Stahlindustrie. Alle. Und Messinghütte. Jetzt überlegt euch mal, alle Stahlindustrie. Wir haben hier noch einen frei. Hier oben ist der Ferchers zurzeit drin, der Stakanow Alexey und der Henry Ford. Alles sind super mächtige Items und beziehungsweise Spezialisten. Und jetzt hauen wir hier noch den rein. Und ich bin mal gespannt, was das von der Kohlen macht beziehungsweise was das dann von der Produktivität macht. Also zurzeit haben wir einen Produktionsausstoß vom Messing alleine. So circa 22 Tonnen. War völlig ausreichend erst mal. Wartet mal ab, wenn jetzt der Spezialist noch diese Insel besucht beziehungsweise wenn wir den jetzt rekordieren dürfen. Hier unten zum Beispiel hätten wir auch noch eine. Da wäre die große Handelskammer, da wäre auch noch ein Platz frei. Also von dem her alles schick. Bitte nur noch mal gucken, wann das und ob das Luftschiff gleich ankommt. Ja, das ist gleich da. Alles gut. Ja, ja, komm, wir fliegen gleich hierher, weil hier können wir ja auch laden, entladen. Bam, bam. Sehr gut. Und dann werden wir den hier direkt in die Mitte unseres Zentrums reinpacken. Unseres Herzens, unserer Stahlproduktion. Hier rein. Kononate Joseph Potts. Ihre Stadt ist attraktiver. Ja, also jetzt hat man es gesehen. Also das hat schon mindestens, das hat schon mindestens 1, 2, 3 Tausend verloren. Das auf jeden Fall, weil es sind ja jetzt erhöhte Wartungskosten hier am Start. Schaut mal, Produktionsunterhalt macht sich schon bemerkbar. Macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Aber dann, seht ihr, statt 20 Sekunden waren es gerade, kriegen wir jetzt noch 18 Sekunden raus. Produktivität bei 40 Prozent. Gut, es ist der Strom dabei, der Ferras ist dabei, die Kohlegenehmigungsnutzung und so weiter und so fort. Und dann kommen wir hier dann mal auf einen Messingausstoß von vielleicht 25 Tonnen. Entschuldigung bitte, es hat schon was gebracht. Auf jeden Fall, der produziert ja zusätzlich Stahlträger und das Schöne ist halt dran, Attraktivität haben wir jetzt einfach erst mal wieder Stufe 2. Das ist das, was ich auch mit erreichen wollte. Wichtig, Attraktivität, weil ohne den, boah, es gibt keine Brandgefahr mehr. Es gibt keine Explosionswahrscheinlichkeit mehr. Und so weiter und so fort. Und das wirkt ja jetzt inselweit. Explosionswahrscheinlichkeit, Brandgefahr. Normalerweise ist es schade, dass die Feuerwehren hier das nicht anzeigen, weil die haben halt immer noch eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit, dass halt die Spezialisten mit ihren Fähigkeiten da nicht halt einbürgen. Aber dann ist es halt so. Okay, also Messing ist am Start. Was wir jetzt noch ganz dringend brauchen, hier sind Brillen. Für Glas haben wir ja glaube ich hier genug. Ich glaube Glas gibt es hier genug. Machen wir mal los mit der Brillenfabrik, oder? Die Brillenfabrik gehen wir hier mal rein und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht, also ich habe ja so ein kleines Brillenlayout, habe ich ja auch vorbereitet. Ich möchte jetzt trotzdem mal gucken, was einfach mal normale Brillen hierher basteln. Dabei ist die Optik der Gebäude, ich bin ganz ehrlich, die ist erstmal völlig egal, wie wichtig ist, dass die erstmal funktionieren. Und dass wir die erstmal gescheit, dass wir die erstmal gescheit hier anklemmen und das ja gescheit produzieren. So, gucken wir mal rein, Messing gibt es genügend, Glas, klar, war ja klar, Glas gibt es hier leider gar nicht, also können wir nur eins machen. Holen wir Glas, wo es herkommt, beziehungsweise wo wir es produzieren, oder wir können das Glas wie immer noch über die Speicherstadt holen. Zitrusfrüchte sind voll und so weiter, so fort, hier haben wir zusätzlich noch Messing am Start. Was wir immer machen könnten, ist Zitrusfrüchte raus und dann schauen wir einfach mal und holen uns eine Kleinigkeit Glasrack. Gucken wir mal, der Käpt'n Morris kommt in elf Minuten, es ist kein so tolles Tauschverhältnis jetzt, ein Eisen, ihr seht, also so, so spiele ich, so macht das Anus so einen Spaß, also das, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen, hin und her, kreuz und quer, hier hätten wir zum Beispiel, Dampfmaschinen, für 350 Dampfmaschinen kriegen wir 3.000, ja, ja, klar, gehen wir hier voll rein, 3.340, was haben wir für Tonnage auf der Insel, 3.610, das heißt, Käpt'n Morris kommt, lagert, lagert ihr Ding, lagert das Glas ab, beziehungsweise löscht die Ware hier und sammelt seine paar Dampfmaschinen ein und der ganze Spaß beginnt von vorn, wir haben hier genügend Produktivität und Produktion und dann würde ich sagen, läuft der Laden. Als nächstes, zack, nochmal hierher, das würde ich dann ganz gerne in Blaupausenmodus hierher basteln, weil da weiß ich noch nicht genau, ob das so hundertprozentig passt. Hier dann gerne noch ein Lagerhaus, links und rechts, weil die haben keine große, ja, ne, die haben keine große Kapazität, schaut mal, mittlerweile 36 Sekunden Verarbeitungszeit, das ist völlig ausreichend und wir könnten das dann auch so gut und gerne ein bisschen mit, ein kleines bisschen mit Pflasterstraßen versehen, würde ich sagen, dann geht nämlich auch die Hin- und Herfahrt etwas schneller, schaut mal, so hier, dann werden nämlich die hier auch gleich hier oben angeklemmt und sobald er freier Kapazität ist, könnten die dann auch von oben holen. Gut. Bereit zum Abheben. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter runterfahren, dann holen wir hier gleich das Glas ab, das ist so ein mächtig großes Luftschiff, so ein mächtig großes Teil, der absolute Wahnsinn. Also zur Zeit, zur Zeit habe ich wirklich so ein Faible für diese Luftschiffe, ich weiß auch nicht warum, ich spiele unheimlich gern damit. Immer der Nase nach. So, und einige haben mich schon gefragt, Sando, warum hast du hier diese 8 Slots in diesen Luftschiffen und diese 6 Itemslots und so weiter, vor allen Dingen für jedes Luftschiff, ich kann es euch sagen, weil das ein Bug von mir ist. Diesen Bug kriege ich leider aus dem Spielstand nicht mehr raus, in jeder Art und Weise, das war mal eine Modification, dass wir da einfach mehr Lager, äh, mehr Slots kreiert haben für die verschiedenen Luftschiffe, da gab es glaube ich pro Luftschiff nochmal zwei normale Ladeslots dazu und einen Itemslot und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Mod, die gibt es ja schon lange nicht mehr, aber es ist halt leider so geblieben, das ist halt sehr, sehr schade, ähm, da muss ich halt da damit leben, ne, jedes Luftschiff hat das bei mir, ne, auch hier die kleinen, ja, und dann ist man halt schon gefragt, warum baust du dann nicht nur kleine Luftschiffe, die sind doch vom Unterhalt deutlich günstiger und die brauchen nicht so viele Einflusspunkte, ich weiß das, ich weiß das, aber ich würde halt nicht nur kleine Luftschiffe bauen wollen, die dieselbe Kapazität haben, sondern ich würde halt auch mal die großen bauen wollen, weil die großen sehen unheimlich mächtig und sehr, sehr schön aus und, ähm, die dürfen bei mir auch nicht fehlen, ne, das wäre ja schad und dann hätten wir auch nur ein oder zwei Luftschiffe auswählen können und dann wäre es das auch gewesen, aber den backen wir halt leider erstmal nicht mehr raus, weiß auch nicht, ob der jemals wieder rauslöschbar ist, ich habe mal bei meinen anderen Spielständen geguckt, bei meinen anderen Eltern Spielständen, wo einige noch funktionieren, da ist das auch, da ist das echt auch, gut, jetzt warten wir noch aufs Glas, Glas wurde hier gerade wirklich ohne Ende eingelagert, gucken wir mal, wo ist es, ah, das ist gleich da, wenn das Ding einmal in Fahrt ist, schaut mal, nein, dann kommt das Ding auch richtig gut gefahren und fährt auch relativ schnell, ihr fährt schon die Enhalo draußen lang, ne, mit ihren porphorischen Schlachtkreuz, ich weiß auch nicht, warum die diese, diese, diese Flammenwerfer-Schlachtkreuzer haben, ich, ich kapiere es einfach nicht, aber gut, so, wir landen hier direkt am Kontor, bitte, laden wir gleich das Glas ab und dann geht es dann los mit der Produktion von den Brillen, wie gesagt, Produktion von den Brillen ungefähr 10 Tonnen hätten wir jetzt und jetzt gucken wir mal, ob das Pari-Pari aufgeht mit, mit Crown Falls und dann würde ich dann gerne ein Schiff schon rekrutieren, ja, auf jeden Fall, dann würde ich dann sehr, sehr gerne schon ein Schiff rekrutieren und dieses Schiff wäre dann einfach unser Glas von Eisenschmiede hoch nach, äh, unsere Brillen von Eisenschmiede hoch nach Crown Falls. Hier haben wir noch eins, was frei ist, das ist gut von der letzten Schlacht, ne, gehen wir mal ein, die alte Welt sind wir sowieso, Eisenschmiede, schaut mal, diese schwarzen, diese schwarzen Silhouetten auf der Karte, das sind nur N-Halus-Schiffe, ja, das sind nur N-Halus-Schiffe, nix anders, weiß nicht, was die machen will, aber, ja, kappt Schwellhorn hier, ab nach Crown Falls und dann laden wir halt einfach die ganzen Brillen dort wieder ab und dann hätten wir dann, dann geht es da los mit der Produktion, das passt, Luf ist angelandet, Glasproduktion ist da, beziehungsweise die Gläser sind da, die Brillenproduktion kann eigentlich somit starten. So, mein Lieben, also, das Schiff ist, das Schiff ist gechartert, wir fahren, wir fahren jetzt die Brillen, hin und her, das ist kein Problem, spätestens in der nächsten, spätestens beim nächsten Mal hin und her fahren, jetzt wird glaube ich nichts produziert, weil wir müssen halt erst mal schauen, dass wir halt ein bisschen Glas hier hin und her kommen, ähm, ich sag mal spätestens beim nächsten Mal, kein Aufstieg mehr möglich, alles klar, spätestens beim nächsten Mal ist es dann tatsächlich so, dass wir dann auf die ein oder andere Tonne Brillen zurückgreifen dürfen, das ist schon mal schön, wir produzieren hier über, das heißt, sieben Tonnen können wir dann pro Minute, können wir dann gut und gerne benutzen, um zum Beispiel in der Speicherstadt noch so ein bisschen was zu erhandeln, wenn wir das wollen, und was wir jetzt noch im Abschluss noch machen, wir wollen ja hier nochmal in Kaffeewelt, wollen wir ja auch so ein bisschen Kaffee noch nach Ground Falls liefern, wir gucken mal gerade mal, wie es in den Statistiken hier ist, kaffeemäßig, wie viel stellen die denn her, 27 Tonnen Kaffee, wie viel bräuchten die denn in den Ground Falls, mittlerweile an Kaffee, die brauchen garantiert mehr, 100%ig brauchen die mehr, weil Kaffee ist immer so ein, ne, 18 Tonnen, die brauchen schon 18 Tonnen Kaffee, also es ist unglaublich, was sie dort oben einfach an, an Kaffee wegtrinken, das kann man sogar nicht anders sagen, ähm, wir haben leider, wir haben leider gar keinen großen Frachter mehr da, doch hier, ne, das hätten wir noch da, hier sind noch zwei sogar drin, also das könnten wir zum Beispiel dann rekrutieren, und könnten dann sagen, wisst ihr was, du mein Freund, machst Handelsmenü, oder eine Handelsroute, und zwar möchten wir gerne von Kaffeewelt rauf nach ins Karpzsch, will noch nicht, ah, langsam, 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 so hier, dann werden wir in Kaffeewelt, werden wir dann einen Kaffee einladen, was wir haben, ich würde schon sagen, wir machen das Schiff auf jeden Fall voll, oder, was meint ihr, wir machen das Ding voll, und dann haben wir dann, ich schätze mal in der nächsten Folge, im nächsten Stream, haben wir dann eigentlich so weit vorgebastelt, meine Lieben, ähm, dass wir schon sagen können, dass wir jetzt hier auf einen volleskundigen Kaffee zugreifen dürfen, und auch auf Brillen, das heißt, die wichtigsten Ressourcen sind somit gedeckt, für die Ingenieure, vis-a-vis dann später auch für die Investoren, jetzt müssen wir nochmal gucken, nach der Tonnage, 1900 Tonnen, ist ja maximale Inselkapazität, jetzt gucken wir erstmal, wie sieht es aus, ja, ja, einfach nur ja, mhm, was wir hier noch ganz dringend brauchen, ist in Check über Kaffeewelt, Ground Force, dann brauchen wir Kaffeewelt, und dann brauchen wir noch El Bastion, warum, weil die halt auch Kaffee wollen, und da sieht es bestimmt schon wieder anders aus, ja, Versorgung, trotzdem 27 Tonnen, und die Nachfrage ist 23 Tonnen, das heißt, hier findet dann immer noch eine Überproduktion statt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich sage mal, wenn wir nachhaltig planen wollen, müssen wir auch noch ein bisschen Kaffee, ja, da müssen wir einfach noch so ein ganz kleines bisschen Kaffee dazu machen, wir brauchen noch ein paar Felder, ich werde hier noch zwei, drei Spezialisten mit rekordieren, die die Module reduzieren, so können wir dann den Kaffee so ein ganz kleines Stück wieder reinholen, und so können wir dann hier unten eine dritte Modulreihe aufmachen, als Beispiel, und, ja, die Kaffeeproduktion geht dann einfach schneller, auch hier, Kaffeerüstereien, haben wir ja auch schon ein paar gebaut, könnten wir auch noch ein paar mehr bauen, wie sieht es aus mit der Brandwahrscheinlichkeit? Mäßig, okay, alles klar, und so geht es dann hier so Stück für Stück vorwärts, und jetzt, meine Lieben, zum Abschluss, schaut mal, ich habe jetzt hier, habe ich jetzt hier mit verschiedenen Ornamenten angefangen, deshalb war ich ganz am Anfang bei Gebäudesortierung Typ, und da gibt es ja hier das sogenannte Verschönerungsmenü, es gibt ja die verschiedenen Pflastersteine, bedenkt bitte, oh, Moment, entschuldigt, so, mein Lieben, entschuldigt bitte, und wieder einmal hat es geklingelt, aber, in den letzten paar Minuten, mein Lieben, machen wir jetzt folgendes, ich hatte euch ja gerade eben gesagt, wir wollen ja Vollidea Island vielleicht hier noch ein ganz kleines bisschen zum Schluss basteln, was mir überhaupt nicht gefällt, sind diese Pflasterstraßen, beziehungsweise diese normalen Feldwege, um mir so ganz kleines bisschen auf Vollidea Island die Touristen, die hier neu ankommen, so zu verteilen, was machen wir? Schaut mal, es gibt hier Pflasterstraßen, es gibt hier Betonböden, und es gibt hier diese sogenannten Promenaden, also wenn wir hier die Promenaden, die kann man dann, ich glaube, die kann man sogar noch wählen, die kann man sogar noch in verschiedenen Kreuzungsvarianten auswählen, dann kann man dann eine ganz große Kreuzung bauen, und so weiter und so fort, also, die Promenade, beziehungsweise hier, Paläster der Macht, Seder, reiche Ernte, und hier hat er zum Beispiel ein Ornament, ganz normal, ich würde hier am Anfang mal anfangen, am Anfang mal anfangen, das klingt gut, hier erst mal das hier wegzumachen, und dann würde ich hier unsere Busstation etwas verteilen, also, ich sage mal, wenn man im Urlaub irgendwo ankommt, sagen wir mal, auf irgendeiner schönen, ja, so einer schönen, mittelgroßen Insel, und dort halt seine 14 Tage, Woche, oder es ist egal, wie lange Urlaub verbringen möchte, dann kommt man ja eigentlich dort raus, ich sage mal, aus dem Flughafen oder so, oder zum Beispiel hier, ne, an den Touristenhafen, kommt man raus, und dann sieht man ja die verschiedenen Busstationen, die sind nie hintereinander gestaffelt, sondern meiner Meinung nach sind die immer so etwas, so ein ganz kleines bisschen in so verschiedene, in so verschiedene Riegen aufgeteilt, so hier ungefähr, ne, und dann kann man sich aussuchen, wo man dann hinläuft, und ich würde mal sagen, das hier machen wir hier auch, ich würde dann sogar sagen, dass wir das hier so ein bisschen machen, so dass wir das so ein ganz kleines bisschen staffeln, und so gut wie es geht, werden wir jetzt irgendwie mal versuchen, ah, das geht hier unten, geht es leider nicht, dann müssen wir entweder den Touristen haben, so ein ganz kleines bisschen weiter anbauen, wenn es geht, geil, funktioniert, und so hier, dann würde ich das halt einfach, einfach so ein bisschen außenrum bauen, ne, so ein ganz kleines bisschen, so würde das dann für mich schon viel schöner aussehen, wobei ich gerade eben mal sage, dass der Touristenhafen so von der Fläche her zwar gut aussieht hier, aber hier eigentlich nicht die Funktion erfüllt, die ich gerne möchte, ich möchte gerne einen geraden Weg nach hinten schaffen, wisst ihr, was ich meine? die Menschen lassen sie hochlegen, einfach eine schöne Promenade nach hinten schlafen, so möchte ich das gerne haben, dann können wir das hier noch verenden, und dann könnten wir hier noch eine wunderschöne große Promenade draus machen, könnten wir das hier noch wegreißen, und hier dann einfach und da dann einfach noch eine Busseitestelle einfügen, so würde das, so würde das für mich viel, viel Sinn, viel, viel mehr Sinn ergeben, so könnte man zum Beispiel sagen, das ist die Busseitestelle für da, das ist die Busseitestelle für da und für da, und das Schöne ist dran, man kann denen hier auch die Namen vergeben, ne, hier oben, unser René hatte ja damals, hatte ja damals hier auch so eine schöne Idee, ich denke mal, ich werde das dann im Stream umsetzen, da werden wir dann diese Bushaltestellen, werden wir dann nach den verschiedenen Hotelfläckchen nennen, ne, die können wir dann hier ausbauen, ich habe das hier nur mit, ich habe das hier nur erstmal mit so kleinen Wegen, habe ich das erstmal markiert, damit wir ungefähr mal sehen, wo wir hin müssen, hier zwischendurch das Museum, sehr, sehr geil, und das müssen wir erstmal alles ins Leben rufen, ne, die Wege müssen wir erstmal ausbauen, so sieht es dann aus, und so fahren halt dann die Busse durch die Gegend, und so können wir dann sagen, hier das Grand Hotel, keine Expertin, aber sind Straßen nicht die Grundlage eines jeden Gewerbes? Richtig! Ne, und so weiter, sofort, ähm, passt schon, jetzt frage ich mich bloß, warum es hier keine, ach, ja, alles gut, wir haben keine Anbindung an den Hafen, weil die auf der rechten Seite fehlen, gut, dann machen wir hier mal eine Anbindung ran, dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine schöne große Promenade hin, so gut wie es geht, ne, die Feldwege hier auf der, auf der Ostseite, die werden jetzt mal hier, werden jetzt mal geteckt, so hier, und dann machen wir hier einfach noch einen Weg ran, die werden wir jetzt fertig machen, so, und jetzt haben die auch wieder Verbindung, ne, ans Kontor, also alles soweit so gut, den Weg, den werden wir dann, den werden wir dann noch weg machen, und das ist hier doch endlich mal, ich wollte gerade sagen, das ist hier doch endlich mal so ein schöner, anständiger Platz, ich wollte euch hier noch mal zeigen, wie hier mittlerweile unsere Routen aussehen, also in Besa geht der mittlerweile noch, aber schaut mal, ne, überall herrscht hier Leben, überall fahren mittlerweile schon die Schiffe durch die Gegend, und das nächste große Projekt, Arktis, und wenn wir das dann haben, und wenigstens ein Wettbewerber vertrieben, dann gehen wir nach Kingsgrove, ne, aber erst dann, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, schnell, dann gehen wir halt hier rein, und dann werden wir mal, zumindest mal, die Promenade nach Westen, die bauen wir auch mal raus, so gut es geht, so hier, so, das ist jetzt meiner Meinung nach eine wunderschöne Urlaubspromenade, ein schöner, großer Weg, den werden wir natürlich säumen mit noch einigen Bänken, den werden wir noch säumen mit einigen Bäumen, ne, idyllische Parks kommen dann hin, ich würde dann sogar sagen, dass wir dann hier kleine Parks oder so kleine Reihen, würde ich dann hier sehr, sehr gerne hier auch in die Mitte basteln wollen, sieht einfach so ein bisschen schöner aus, ne, gerade hier, oh, gerade hier so das Baumthema, dann werden wir mal gucken, dass wir hier, romantische Plaza, dann hätten wir hier zum Beispiel auch ein Denkmal, das, die Denkmäler könnten wir auch super mit hier rein integrieren, äh, ganz einfach das, dass das hier ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, das sieht ja dann ein bisschen mehr nach Leben aus, bauen wir erstmal so eine schöne Bank, dann kommt hier noch ein Denkmal hin, ähm, wenn wir dann hier rauskommen, dass wir uns so ein bisschen ausruhen können, dann, ganz, ganz wichtig, muss hier auch auf die Seite, selbstverständlich, der erste kleine Zeitungsstand, ne, kommen wir auf die Insel, was weiß man nicht, was wir machen sollen, wir warten auf unseren Bus, was ist der springende Punkt, ganz klar, wir nehmen uns die Zeitung, nehmen uns die Inselzeitung, und dann warten wir halt, ne, hier könnten wir dann weitermachen, ähm, ich möchte mal dann eigentlich, eigentlich mal die anderen Bänke schnappen, mal gucken, ob es die irgendwo, malerischer Park, Reiterstatuette, Zäune, Wahnsinn, was es hier alles gibt, Grand Gallery, hätten wir hier auch noch so ein bisschen am Start hier, romantischer Park, ne, hier Gartenbänke, oh, so wunderschön, zack, so, und mit den Gartenbänken, oh, die sind sogar schön aufgebaut, ähm, und mit den Gartenbänken können sie sich halt mit der Zeitung, können sich dann hier hinsetzen, und können eigentlich mal ganz, ganz entspannt hier, auf ihre Busse warten, und in der Zwischenzeit, wisst ihr, hier vorne, mal links und rechts, wenn die hier rauskommen, dann müssen wir doch erstmal, dann ist doch wichtig, der erste Eindruck der Insel, oder was meint ihr? Wenn die rauskommen, erster Eindruck der Insel, das heißt, wir müssten dann hier schon ein ganz kleines bisschen was Grünes hinbasteln, so hier, dass die wenigsten erstmal rauskommen und sagen, ja, hier bin ich angekommen, hier ist Urlaub, hier ist alles schön, und das hier zum Beispiel könnten wir auch noch ein ganz kleines bisschen einsäunen, also, wir könnten dann, es gibt ja dann irgendwo diese Zäune, ah, hier gibt es zum Beispiel auch Hecken, also, das müssen ja keine Zäune sein, ne, hier, sogar mit integrierten Bänken, dann könnten wir das hier einfach mal so ein bisschen ziehen, sehr, sehr gerne bis hierher zum Beispiel, so, schaut mal, dann hätten wir hier schon so eine wunderschöne Hecke gezogen, mit allem drum und dran, das könnten wir sogar dann hier bis zum Besucherhafen, könnten wir das noch sehr, sehr gerne ausbauen, schaut mal, wie sich das dann automatisch alles ein kleines bisschen, alles so ein ganz kleines bisschen mit aufbaut, finde ich sehr, sehr schön, und dann machen wir das hier auch noch, dann ziehen wir mal die Hecke und dann haben wir schon wieder ein ganz kleines Stück von Holiday Island verschönert, ein ganz kleines Stück hier bewohnbarer gemacht, sodass halt immer, immer mehr Touristen, hoffe ich mal, dann in der nächsten Zeit immer mehr zu uns kommen, immer mehr uns besuchen und es dürfen selbstverständlich dann auch hier diese Springbootgärten und so weiter und so fort, das darf hier alles nicht fehlen, dahinter, zwischendurch, wo halt die Busse dann auch so vorbeifahren, ganz klar, immer so kleine Ornamente setzen, das gefällt mir richtig gut, ne, kleine Gärten als Anlehnung, dann könnten wir hier nochmal Gartenbänke setzen, hier auf der Seite, ne, gerade an den Bäumen dran, dann hier zum Beispiel an der Ecke, kommt immer gut, so Gartenbänke, direkt an der Seite, hier auch, ne, sehr schön, also gefällt, also mir gefällt es mittlerweile sehr, sehr gut, obwohl ich kein absoluter Schönbauer bin, ich bin offenbar ehrlich, aber das hat schon so ein bisschen Stil, also das hat echt schon so ein bisschen einen kleinen, einen kleinen Ferientouch, so einen kleinen Urlaubstouch hat das schon, vor allen Dingen in Verbindung, die Pflastersteine mit Verbindung, mit immer so ein bisschen grün, gefällt mir sehr gut, hier noch ein paar Gartenbänke hin, sehr schön, sehr, sehr schön, okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken, für die Freitagsfolge, Anno, mal ein bisschen andere gewesen, hat mir sehr viel Freude bereitet, vor allen Dingen hier, das auch mit Schönbauern zum Schluss, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid, in der nächsten Folge versuchen wir mal, beziehungsweise im nächsten Step versuchen wir mal, das erste Hotel hier, ein ganz kleines bisschen zu verschönern, gerade hier vorne, Gartenanlagen und so weiter, sofort auch ein paar Gartenbänke mit integrieren, ich sage mal, diese großen Reiterstatuetten, die sehen gar nicht so schlecht aus, muss bloß alles ein bisschen weiter raus, wirkt mir, wirkt mir ein ganz kleines bisschen noch zu zugebaut, aber das schauen wir dann mal, und wir brauchen ja noch die großen Gärten, die müssen wir dann auch noch irgendwo mal schauen, dass wir die haben, diese großen Gartenanlagen, habe ich gerade gemeint, wo waren die gerade, irgendwo müssen die gewesen sein, die großen Gartenteile, das waren so riesengroße, wunderschöne Gartenanlagen, ich weiß gar nicht, wo die hier drin sind, also ich habe ja, ich versuche die ganze Zeit mal ein bisschen mit der anderen Gebäudesortierung zu arbeiten, aber ich komme damit echt noch nicht klar, also ja, hier hätten wir dann zum Beispiel Parks, hier hätten wir Städte, und hier hätten wir dann im Prinzip die Industrie, als Ornamente, was mir zum Beispiel, was mir hier richtig gefällt, wäre dann die Stadt, hier gibt es dann Unterhaltung, oder schaut mal, hier gibt es dann die Pflanzung, hier gibt es die Garten, genau, hier gibt es die Hibiskusgarten, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen zum Abschluss, da können wir dann auch so ein kleines Thema mit hier einbauen, wenn wir das möchten, so als Eingangsbereich, schaut mal, so als Eingangsbereich hier, so Garten, aber Achtung, das sind nur Ornamente, wir brauchen trotzdem noch Wege außenrum, um an die Hotels zu kommen, das heißt, die Garten können wir schön damit ersetzen, ist kein Problem, aber Achtung, das gilt nicht als Straße, das darf man nicht vergessen, okay, meine Lieben, dann wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zugucken, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, und hier, Untertitelung des ZDF, 2020